Im Operating System 8 gibt es einiges zu entdecken. Der BMW 2er Active Tourer ist damit sehr benutzerfreundlich und noch intuitiver zu bedienen. Außerdem ist das BMW Curve Display und das Cockpit sehr ergonomisch ausgerichtet. Die Oberfläche des BMW Curve Displays kannst du ganz einfach personalisieren und organisieren. Einzelne Widgets können ganz einfach verschoben, hinzugefügt und wieder gelöscht werden. Das Ganze wird in deiner BMW ID gespeichert. Während der Fahrt ist es allerdings komfortabler, den BMW über die Sprachsteuerung zu bedienen. Hey BMW, wie ist mein aktueller Reifendruck? Der aktuelle Reifendruck ist in allen Reifen in Ordnung. Der BMW 2er Active Tourer und das Operating System 8 sind auch immer auf dem neuesten Stand via Remote Software Updates. Und die laufen über die im Fahrzeug verbaute SIM-Karte. Und wenn du mehr über die Bedienung des 2er Active Tourer erfahren möchtest, dann schau doch einfach in die anderen Videos. Und die laufen über die Bedienung des 3er Active Tourer und die Dämpfers, dann schau doch einfach in die Dämpfers. Und die Dämpfers, dann schau doch einfach in die Dämpfers.